Ich rufe nun Punkt 1 der Tagesordnung auf, Wahl des Präsidiums. Nach dem vereinbarten Tonus schlage ich Ihnen für das am 1. November 2013 beginnende neue Geschäftsjahr vor dem Ministerpräsidenten des Landes Niedersachsen, Herrn Stephan Weil, zum Präsidenten des Bundesrates zu wählen. Über die Wahl des Präsidenten wird nach unserer Praxis durch Aufruf der Länder abgestimmt. Ich bitte die Länder aufzurufen. Ich frage Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen. Demnach kann ich also feststellen, dass Herr Ministerpräsident Stephan Weil für das Geschäftsjahr 2013-2014 einstimmig zum Präsidenten des Bundesrates gewählt ist. Herr Ministerpräsident, ich frage Sie, nehmen Sie die Wahl an. Dann darf ich Ihnen, Herr Kollege Weil, noch mal die Glückwünsche des ganzen Hauses aussprechen. Wir kommen. Wir kommen.